Die unbekannten fliegenden Objekte sehen nicht nur wie eine Kugel oder wie ein leuchtender Nebel aus. Sie besitzen klare Umrisse wie technische Objekte irdischen Ursprungs. Die Amerikaner haben sich schon immer für das technologische und magische Erbe Deutschlands interessiert. Aber dann passierte etwas völlig Unerklärliches. Eine Antarktis-Expedition, die für ein halbes Jahr geplant war, wurde nach zwei Monaten Hals über Kopf beendet und so schnell abgezogen, dass man nur von einer Flucht sprechen kann. Zu Beginn des Jahres 1947 unternahm der legendäre amerikanische Polarforscher Richard Byrd seine vierte und letzte Forschungsreise in die Antarktis. Eine Expedition, die sich von allen Vorangegangenen erheblich unterscheidet. Sie wird vom US-Militär finanziert und trägt die Bezeichnung Operation Highjump. Admiral Byrd stand eine mächtige US-Militärflotte zur Verfügung. Ein Flugzeugträger, zwölf Kriegsschiffe, ein U-Boot, über 20 Flugzeuge und Hubschrauber sowie 5000 Mann Besatzung. Eine bemerkenswerte Zusammensetzung für eine angeblich wissenschaftliche Expedition. Vor seiner Abreise erklärte Richard Byrd am 2. Dezember 1946 der Presse, Meine Reise hat einen militärischen Charakter. Auf weitere Einzelheiten ging er nicht ein. Ende Januar 1947 begann die Flugaufklärung des antarktischen Kontinents in der Gegend des Königin-Mord-Landes. Zunächst verlief alles nach Plan. Das Land wurde erforscht und Zehntausende von Fotos gemacht. Doch plötzlich geschah etwas ausgesprochen Rätselhaftes. Die ursprünglich auf sechs Monate geplante Forschungsreise wurde schon nach zwei Monaten abrupt abgebrochen. Die Umstände des plötzlichen Endes sind bis heute ungeklärt und erinnern sehr an eine Flucht. Ein Torpedo-Boot-Zerstörer und mehrere Flugzeuge gingen verloren. Mehrere Dutzend Soldaten und Offiziere sind gefallen. Den Mitgliedern der außerordentlichen Regierungskommission erklärt Byrd nach seiner Rückkehr wörtlich, Im Falle eines neuen Krieges kann Amerika von einem Feind angegriffen werden, der in der Lage ist, von einem Pol zum anderen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu fliegen. Wer und was hatte den großen amerikanischen Flottenverband in die Flucht geschlagen? Ein Blick zurück. Im Sommer 1945, anderthalb Jahre vor der Expedition Byrds, ergaben sich im argentinischen Hafen Mar del Plata die deutschen U-Boote U-530 und U-977. Ungewöhnliche Boote aus dem sogenannten Führerkonvoi, einem streng geheimen Verband, dessen genaue Aufgaben bis auf den heutigen Tag ungeklärt sind. Da die Besatzungen der Boote über ihre Aufgaben schwiegen, konnten die Amerikaner nur wenige Details in Erfahrung bringen. Der Kommandant des Bootes U-530 soll über eine Operation mit der Tarnbezeichnung Walküre II gesprochen haben. Im Rahmen dieser Operation habe sein Schiff zwei Wochen vor Kriegsende Kiel in Richtung Antarktis verlassen. Unter den Passagieren sollen sich Personen befunden haben, deren Gesichter vermummt waren. Außerdem seien wichtige Unterlagen des Dritten Reiches an Bord gewesen. Der Kommandant von U-977, Heinz Schäfer, bestätigte, dass er mit seinem Boot nur wenig später die gleiche Route gefahren sei. Im Verlauf ihrer Recherchen fiel den Amerikanern auf, dass offensichtlich zahlreiche deutsche U-Boote während des Krieges in Richtung Antarktis gefahren waren. Was war der Grund dieser Reisen? Was war so besonders an der Antarktis? Die Antarktis 1820 umsegelten der deutsch-baltische Offizier Fabian Gottlieb von Bellingshausen und sein Kommandant Michael Lassareff zum ersten Mal das antarktische Festland. Ein geheimnisvoller Kontinent, der die Forscher magisch anzog. Doch meterhohe Eiswände machten die Antarktis, die in ihrer Ausdehnung größer als ganz Europa ist, für lange Zeit unzugänglich. Trotz verschiedener Vorstöße blieb das Innere der nördlichen Eisregion für annähernd ein Jahrhundert unerforscht. Karten aus dieser Zeit dokumentieren daher nur den Küstenverlauf des Kontinents. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte auch Deutschland Interesse an dem weit entfernten und lebensfeindlichen Eiskontinent. Es wurden erhebliche finanzielle Mittel bereitgestellt, um verschiedene Expeditionen durchführen zu können. Ende der 30er Jahre fuhr der erfahrene Polarkapitän Alfred Ritscher mit dem speziell für diese Expedition umgebauten Schiff Schwabenland in die Antarktis. Ab Mitte Januar 1939 begannen zwei Flugzeuge, die mittels spezieller Katapulte von Bord der Schwabenland starten konnten, die Erforschung des arktischen Kontinents. Bei ihren Flügen warfen die Piloten auch Aluminiumstangen mit Hakenkreuzflaggen ab, mit denen sie das vermessene Gebiet als deutsches Reichsgebiet deklarierten. Das so gekennzeichnete neue Territorium, das in seiner Größe etwa dem damaligen Deutschland entsprach, erhielt die Bezeichnung Neu-Schwabenland. Im April 1939 konnte Alfred Ritscher melden, Ich habe den Auftrag, den Marschall Göring mir erteilt hat, erledigt. Zum ersten Mal flogen deutsche Flugzeuge über den antarktischen Kontinent. Alle 25 Kilometer warfen unsere Flugzeuge Flaggen ab. Wir markierten eine Fläche von ungefähr 600.000 Quadratkilometern. Davon wurden 350.000 Quadratkilometer fotografiert. Die Flieger Hermann Görings hatten ihre Aufgaben zufriedenstellend erledigt. Im Anschluss an diese Aktion ergingen weiterführende Aufträge an Karl Dönitz, den Oberbefehlshaber der deutschen U-Boot-Waffe. Was aber seine Männer in der Arktis erledigen sollten, liegt bis heute im Dunkeln. Gesichert ist, dass von da an deutsche U-Boote verstärkt in Richtung Antarktis aufbrachen, um die übernommenen bis heute geheimen Aufgaben zu erfüllen. In diesem Zusammenhang geben zwei Aussagen von Karl Dönitz bis heute Rätsel auf. Die erste lautet, Die zweite Aussage von Dönitz aus dem Jahr 1943 auf dem Höhepunkt des deutsch-russischen Krieges ist nicht minder mysteriös. Sie lautet, Damals war nur wenigen Eingeweihten klar, wovon Dönitz sprach. Erst heute wird deutlicher, worauf seine Andeutungen gezielt haben könnten. Vor kurzem wurden in dem kilometerdicken Eis der Antarktis riesige Seen mit Wassertemperaturen von plus 18 Grad Celsius entdeckt. Über der Wasseroberfläche wölben sich kuppelförmige Eishöhlen, die mit warmer Luft gefüllt sind. Diese Eishöhlen könnten im Lauf der Jahrhunderte Ausmaße angenommen haben, die ausreichten, um als geheime Basen für U-Boote zu dienen. Da aus diesen Seen, die ständig von unten erwärmt werden, Warmwasserflüsse unter dem Eis bis in den Ozean hineinströmen, ist es möglich, dass ein unter dem Eis tauchendes U-Boot diese geheimen Basen erreichen könnte. Eine Basis, die alle erdenklichen Vorteile bietet. Sicher vor Sturm und Eis, für jeden Gegner uneinsichtig und unangreifbar. Wollten die Deutschen Geheimbasen oder Geheimzonen errichten, die den Status der Exterritorialität hätten, so würden die Polarzonen einschließlich der Antarktis ein passendes Gebiet darstellen. Unterlagen und Aussagen von Beteiligten belegen, dass es tatsächlich eine derartige Basis der Nationalsozialisten in der Arktis gab. Sie trug die Bezeichnung B-211. Zu Beginn des Jahres 1939 begann das speziell ausgerüstete Schiff Schwabenland seine regelmäßigen Fahrten zwischen der Antarktis und Deutschland. Bei diesen Fahrten schaffte es nicht nur modernste Bergbautechnik, Gleise, Lohren und gigantische Tunnelbaupressen in die Antarktis, sondern auch Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen, Ingenieure und hochqualifizierte Arbeiter. Wozu hätte Deutschland eine so weit entfernt liegende Basis nutzen können? Darüber gibt es verschiedene Vermutungen. Während die einen glauben, die Deutschen wollten die Südregion kontrollieren, vermuten andere, dass die Bodenschätze der Antarktis, darunter Uran, das man zum Bau einer Atombombe benötigte, die Deutschen anzogen. Wieder andere behaupten, die Basis sei eingerichtet worden, um der Elite des Dritten Reiches im Falle eines verlorenen Krieges als Unterschlupf zu dienen. In Umsetzung dieses Plans hätte ab 1942 die Umsiedlung von Wissenschaftlern, wichtigen Fachkräften und Mitgliedern der NSDAP nach Neuschwabenland begonnen. Für diese Theorie könnte sprechen, dass nach dem Krieg zahlreiche Spezialisten und Wissenschaftler, die die Amerikaner für ihre eigene militärische Forschungsarbeit gewinnen wollten, plötzlich spurlos verschwunden waren. Passen würde auch die Tatsache, dass das Schicksal zahlreicher deutscher U-Boote bis heute ungeklärt ist. Gert soll in Washington nicht nur von Flugzeugträgern mit unvorstellbaren Möglichkeiten berichtet haben. Er sprach von einem Überfall auf die Expedition durch fliegende Untertassen, die mit hoher Geschwindigkeit aus dem Wasser aufgetaucht seien und dem Flottenverband spürbare Verluste zugefügt hätten. Der erfahrene Militärflieger John Sasson, Zeuge und Teilnehmer der Expedition, beschrieb den dramatischen Kampf vom 26. Februar 1947 mit folgenden Worten. Die Dinge tauchten aus dem Wasser wie vom Teufel verfolgt auf und flogen zwischen den Masten mit solcher Geschwindigkeit herum, dass durch die Windwirbel die Antennen rissen. Einige Flugzeuge, die es geschafft hatten, von der Casablanca zu starten, sind wenige Augenblicke später, getroffen von unbekannten Strahlen, die aus den fliegenden Untertassen kamen, neben dem Schiff abgestürzt. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt auf dem Deck der Casablanca und begriff überhaupt nichts. Diese Dinge flogen völlig geräuschlos zwischen unseren Schiffen und spuckten tödliches Feuer. Plötzlich ging der Torpedobootzerstörer Madoc, der sich etwa zehn Meilen von uns entfernt befand, in Flammen auf und begann zu sinken. Trotz der Gefahr entsandten andere Schiffe Rettungsboote. Der Albtraum dauerte etwa 20 Minuten. Als die fliegenden Untertassen wieder ins Wasser abtauchten, begannen wir unsere Verluste zu zählen. Sie waren furchtbar. Angenommen, John Sayerson sagt die Wahrheit. Wem gehörten diese Untertassen? Etwa dem Dritten Reich, wie manche Quellen bis heute hartnäckig behaupten? Nehmen wir an, der amerikanische Geheimdienst verfügte tatsächlich über Informationen, die belegten, dass wichtige Technik und Wissenschaftler der Deutschen in die Antarktis verlagert worden waren. Dann wird verständlich, warum das Polargebiet ihre Aufmerksamkeit erregte. Allem Anschein nach waren diese Informationen sogar so beunruhigend, dass die Amerikaner dem Polarforscher Richard Byrd umfassende militärische Mittel zur Verfügung stellten, um die vermutete NS-Basis in der Antarktis zu vernichten. Ein Plan, der nicht aufging. Die panikartige Flucht des US-Flottenverbandes und Byrds spätere Auslassungen über das Geschehen werfen viele Fragen auf, die bis heute ungeklärt sind. In den Nachkriegsjahren tauchten immer wieder ungewöhnliche Fotos und Zeichnungen aus NS-Geheimarchiven auf, die belegen, dass sich deutsche Wissenschaftler im Dritten Reich intensiv mit dem Bau diskusförmiger Flugobjekte beschäftigten. Da bei allen anderen Nationen nichts Vergleichbares existierte, stellt sich die Frage, wie ist es den deutschen Wissenschaftlern und Ingenieuren gelungen, einen derartig großen technologischen Vorsprung zu erringen. Antworten könnte der Verein Ahnenerbe geben, der zu den rätselhaftesten Organisationen des Dritten Reiches zählt. Seinen ungelösten Geheimnissen spüren Historiker und Geheimdienste bis auf den heutigen Tag nach. Das Ahnenerbe war die einzige Organisation des Dritten Reiches, die sich mit staatlicher Finanzierung der Erforschung von Magie und Mystik widmen konnte. Keine andere Einrichtung verfügte über vergleichbar umfangreiche Informationen und übte so viel Einfluss auf die Entwicklung magischer Technologien aus wie das Ahnenerbe. Zu den Begründern des Ahnenerbes, das sich besonders der Erforschung des okkulten Wissens und paranormaler Erscheinungen widmete, zählten höchste Vertreter des Reiches, darunter der mächtige Reichsführer SS Heinrich Himmler. Offiziell gegründet wurde die Organisation im Jahre 1935. Obgleich das erklärte Ziel die Erforschung der Wurzeln der deutschen Nation war, widmete sich der geheimnisumwitterte Verein von Anfang an einer breiten Palette außergewöhnlicher Themen. Die Führung des Reichs wusste genau, dass sie den kommenden Krieg nicht allein aufgrund ihrer militärischen Stärke gewinnen konnte. Um die offensichtliche quantitative Unterlegenheit auszugleichen, entwickelten die verantwortlichen NS-Strategen eine Konzeption der qualitativen Überlegenheit. Um diese qualitative Überlegenheit zu erreichen, konzentrierten sich die Spezialisten des Ahnenerbes von Anfang an auch auf okkulte und paranormale Bereiche. Gebiete, mit denen sich der zukünftige Gegner kaum oder gar nicht beschäftigte. Ausgangspunkt dieser Tätigkeit war die tiefe Überzeugung, dass vor langer Zeit eine mächtige Zivilisation auf Erden existierte, die über ein ungeheures, inzwischen verloren gegangenes Geheimwissen verfügte. Ein Wissen, das verstreut und versteckt weiter existierte und nur gefunden werden musste, um zu neuem Leben erweckt zu werden. Dieses Wissen sollte der Wiedergeburt des Übermenschen, des Nachfahren der alten Aria, zum Durchbruch verhelfen. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Forscher des Ahnenerbes von Anfang an dem Kontinent Atlantis, den die NS-Wissenschaftler für die Urheimat der arischen Rasse hielten. Der Sage nach sollten die Atlanter in der Lage gewesen sein, riesige Luftschiffe zu bauen, die durch unbekannte Kräfte angetrieben wurden. Das Ahnenerbe hielt diese Darstellung für real. Seine Mitarbeiter glaubten an die Existenz eines einzigartigen, technologischen Wissens, das sich für eigene Zwecke einsetzen ließe, wenn man die verschlüsselten Botschaften zusammentragen und lösen würde. Unter diesem Aspekt begann das Ahnenerbe, dem Geheimwissen und dem Ursprung der indogermanischen Zivilisationen nachzuspüren. Man kann davon ausgehen, dass den Mitarbeitern des Ahnenerbes eine Karte bekannt war, die der türkische Admiral Piri Reis zu Beginn des 16. Jahrhunderts erstellt hatte. Auf dieser Karte hatte Reis auch die genauen eisfreien Uferumrisse der Nordantarktis aufgezeichnet, eines Kontinents, der offiziell erst 300 Jahre später entdeckt wurde. Handschriftliche Randbemerkungen des Admirals besagen, dass er dafür auf Quellen zurückgegriffen hatte, die mehr als 3000 Jahre alt gewesen sind. Wer wusste 3000 Jahre vor Piri Reis, wie der arktische Kontinent ohne die Eismassen aussah? Wer hatte die Möglichkeiten und das Interesse, den eisfreien Kontinent so exakt zu vermessen? Gab es vor tausenden von Jahren eine Zivilisation, für die die Arktis eine besondere Rolle spielte? Fragen, die auch die US-Militärspezialisten nicht beantworten konnten. Die Karte zeigt den Uferverlauf, bevor er vom Eis bedeckt wurde. Das Eis in diesem Gebiet beträgt anderthalb Kilometer Stärke. Wir haben keine Ahnung, wie man im Jahre 1513 zu solchen Ergebnissen kommen konnte. Internationale Forschungsexpeditionen, die die Reiskarte Jahrhunderte später vor Ort auf ihre Richtigkeit prüften, stellten fest, dass die Aufzeichnungen aus dem Jahre 1513 exakter waren als Karten, die im 20. Jahrhundert angefertigt wurden. Aufwendige seismologische Untersuchungen belegten, was man bis dahin nicht einmal geahnt hatte. Einige der Berge, die für gewöhnlich dem Kontinent zugerechnet werden, sind in Wirklichkeit Inseln. Ein Wissen, das auf der Piri-Reiskarte ebenfalls Niederschlag gefunden hatte. Piri-Reis muss also uralte Aufzeichnungen besessen haben, die aus einer Zeit stammten, als die Antarktis noch eisfrei war. Man kann sich vorstellen, welchen Eindruck diese geheimnisvolle Karte auf die Anhänger der arischen Theorie ausübte. Piri-Reiskarte belegte das Vorhandensein Jahrtausende alter Quellen, genau jener Quellen, nach denen die Forscher des Ahnenerbes suchten. Die außergewöhnliche Landkarte näherte die Hoffnung, das verlorengegangene, technisch-magische Erbe der Atlanter finden zu können, einer hochentwickelten Zivilisation, die nach Überzeugung der NS-Wissenschaftler die Antarktis besiedelt haben, bevor diese mit einer kilometerdicken Eisschicht bedeckt wurde. Das Sagen umwobene Atlantis. Wenn Karten mit dem jahrtausendealten Wissen die Zeiten überdauert hatten, musste auch das übrige Geheimwissen der Atlanter zu finden sein. Die Frage war nur, wo? Wissenschaftliche Expeditionen des Ahnenerbes suchten auf der ganzen Welt nach den verschollenen Unterlagen. Die Reisen reichten von Tibet bis nach Südamerika. Im Fokus der Fahnder lagen auch die Archive des sagenumwobenen Templerordens. Es gibt ernstzunehmende Hinweise, die besagen, dass die umfangreichen Bibliotheken des Ordens den blutigen Untergang der Templergemeinschaft unbeschadet überlebt haben. Es war nicht unwahrscheinlich, dass in diesen Archiven Geheimmanuskripte lagen, die ähnlich wie die Piri-Reiskarte wichtiges Detailwissen über die Antarktis enthielten. In den militärisch besetzten Gebieten durchsuchten Sonderkommandos der SS Bibliotheken nach seltenen Handschriften und Karten. Alles, was sich mit okkulten Themen und geheimen Wissenschaften beschäftigte, wurde zusammengetragen und wissenschaftlich ausgewertet. Ahnenerbe besah schließlich eine umfangreiche Spezialbibliothek. Es gibt die Aussage eines ehemaligen Bibliothekars der Potsdamer Bibliothek, der bezeugt, dass im März 1945, als die Sowjetstreitkräfte sich Berlin näherten, die Bibliothek des Ahnenerbes ein Fundus von rund 140.000 Büchern verpackt und in Sicherheit gebracht wurde. Schon der Katalog dieser Bibliothek war bestimmt ausgesprochen interessant. Angesichts der intensiven Suche ist es durchaus möglich, dass das Ahnenerbe Informationen über die Antarktis gewonnen hat, die den Kontinent in den Blickpunkt der NS-Führung rückte. Inzwischen weiß man, dass esoterische Kreise innerhalb der SS auch dem sagenumwobenen Heiligen Graal nachspürten. Wer ihn und die Heilige Lanze besaß, würde, einer alten Legende zufolge, die Weltherrschaft erringen können. Hitler kannte diese Legende. Nach dem Anschluss Österreichs im Jahre 1938 ließ er die Lanze, mit der angeblich ein römischer Soldat den Tod Jesu am Kreuz festgestellt hat, aus Wien nach Nürnberg bringen. Zur Erfüllung der Prophezeiung fehlte nun nur noch der Graal. Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die okkulten NS-Kreise mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Sie mussten nicht nur die jahrhundertealten mystischen Überlieferungen mit den modernen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen in Einklang bringen. Unklar war ihnen auch, welche Bewandtnis es mit dem männlichen Charakter der Heiligen Lanze und dem weiblichen des Heiligen Graals auf sich hatte und welche Folgerungen daraus geschlossen werden mussten. Die Kombination modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse mit uraltem Wissen hätte vielleicht produktiv und zukunftweisend sein können, wenn sie nicht die Weltherrschaft der auserwählten Rasse zum Ziel gehabt hätte. Für die vielfältigen Forschungsarbeiten des Ahnenerbes wurden nur ausgewiesene Spezialisten herangezogen. Hunderte von Mitarbeitern und ungezählte Fachkräfte in rund 50 Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten befassten sich mit mathematischen und astronomischen, genetischen und medizinischen Themen. Parallel zu diesen Arbeiten und für die Öffentlichkeit unsichtbar wurden im innersten Kreis alle wichtigen Informationen zu okkulten und magischen Fragen zusammengetragen und ausgewertet. Von besonderem Interesse waren neben okkulten Wissenschaften und religiös-mystischen Praktiken außergewöhnliche paranormale Fähigkeiten. Mit diesem Bereich befasste sich das Ahnenerbe besonders intensiv. Schon vor dem Krieg hatte Himmler angeordnet, alle Mitarbeiter des Vereins auf mögliche paranormale Fähigkeiten zu untersuchen. In den Mitarbeiterakten des Ahnenerbes wurde akribisch vermerkt, wer über welche Fähigkeiten verfügte. Im Verlauf des Krieges wurden diejenigen, die paranormale Begabungen besaßen, in einer speziellen Abteilung zusammengefasst. Leider fehlt jede Information über die weitere Arbeit und mögliche Ergebnisse dieser Abteilung. Wahrscheinlich diente die Zusammenführung der vielfältigen paranormalen Fähigkeiten dem Versuch, Kontakt mit dem höchsten Unbekannten, das man im internen Sprachgebrauch auch als Außengeist bezeichnete, herzustellen. Würde die Kontaktaufnahme gelingen, wäre ein Weg gefunden, um das technologische Superwissen uralter Hochkulturen für die eigenen Zwecke zu neuem Leben zu erwecken. Dezember 1919. In einem abgelegenen Försterhaus in der Nähe von Berchtesgaden treffen sich einige Mitglieder der geheimen Thule-Gesellschaft, einem Vorgänger des Vereins Ahnenerbe. Unter den Versammelten befinden sich auch zwei erfahrene Medien. Die eine tarnte sich mit dem mystischen Namen Sigrun, die andere war Maria Orsic aus Zagreb. In Trance-Zustand versetzt, berichtete Orsic von einer Zivilisation, die auf dem Gestirn Aldebaran lebt. Im Verlauf der Sitzung enthüllte sie eine Fülle technischer Informationen, die die atemlos lauschenden Zuhörer mit zitternden Händen notierten. Orsic übermittelte ihnen technische Details zur Konstruktion eines ungewöhnlichen Flugapparates, der die Fähigkeit besitzen sollte, den Zeitverlauf zu verändern. Der Traum der Geheimgesellschaft schien wahr zu werden, denn die Mitglieder der Thule-Gesellschaft waren überzeugt, dass es möglich wäre, eine Zeitmaschine zu konstruieren, mit deren Hilfe man in die Tiefen der Geschichte abtauchen könnte, um dort das Wissen der untergegangenen Hochkulturen wiederzuerlangen. Dies ist die einzige bekannt gewordene Konstruktionszeichnung der sogenannten Jenseitsflugmaschine des deutschen Wissenschaftlers und bekannten Erfinders Viktor Schauberger. 1922 wurde das erste Modell der Jenseitsflugmaschine gebaut. Das Fluggerät besaß drei sich parallel zueinander drehende Scheiben. Durch die Rotation der untersten und der obersten Scheibe in entgegengesetzter Richtung sollte ein Antigravitations-Effekt erzielt werden. Folgt man den Zeugenaussagen, so konnte die Konstruktion nicht nur in der Luft schweben, sondern auch die Zeitstruktur um sich verändern. Man war überzeugt, mit diesem technomagischen Apparat einen Prototyp für Flugscheiben zu besitzen, die nicht auf den herkömmlichen Flugprinzipien basierten. Mit der weiteren Entwicklung dieser Flugscheiben befassten sich spezielle Abteilungen der SS, die eng mit dem Ahnenerbe zusammenarbeiteten. Für die NS-Führung waren zwei Grundideen wesentlich. Zum einen die Erschaffung des Übermenschen und zum zweiten die Beherrschung technomagischer Energien. Dazu zählte nicht nur die Beherrschung der Atomenergie, sondern zweifelsohne auch die Herstellung diskusförmiger Flugapparate mit einer prinzipiell neuen Flugtechnik. Die Ideensuche ging in alle Richtungen und wurde getragen von Ingenieuren, Okkultisten und einem Stab ausgewählter Historiker. Diese sammelten auf ihren Forschungsreisen seltene Dokumente, von denen sie sich weiterführende Erkenntnisse versprachen. Offensichtlich mit Erfolg, denn Wernher von Braun, einer der Chefdenker der deutschen Raketentechnik, gestand später in einem kleinen Kreis Wir haben vieles aus diesen Unterlagen für uns nutzen können. Über die Ergebnisse der Forschungen wurde Hitler regelmäßig informiert. Sie haben ihn so nachhaltig fasziniert, dass er bis Kriegsende an deutsche Wunderwaffen und neue Flugtechnologien glaubte. Obwohl die besten Konstrukteure und Ingenieure eingesetzt wurden, blieben die Kenntnisse über die Drehprinzipien der Flugscheiben und die Antigravitation lückenhaft. Die Technologie konnte mit den ideologisch bestimmten Vorgaben nicht Schritt halten. Im Juli 1934 luden die Verantwortlichen Viktor Schauberger zur weiteren Zusammenarbeit ein. Sie hatten von seinem Implosionsmotor erfahren, der nur Luft und Wasser benötigte, um Energie zu erzeugen. Schauberger erklärte sich bereit, auf der Grundlage seiner Erfindung einen Antrieb für die Flugscheiben zu entwickeln. Nur fünf Jahre später erhob sich das erste Versuchsmodell unter der Bezeichnung Vril in die Luft. Ein sehr seltenes Foto zeigt den Erstflug des Modells im Jahre 1939. Um die Arbeiten voranzutreiben, wurde die SS-Sondereinheit E4 ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe war die Sichtung und Überprüfung aller Meldungen über unbekannte fliegende Objekte. Man wollte nichts unversucht lassen, um das Geheimnis der technomagischen Flugscheiben zu lösen. Ich sprach mit Hermann Obert, einem deutschen Professor, vergleichbar mit Konstantin Tsiolkowski. Er war der Lehrer von Wernher von Braun. Als ich ihn zu den Flugobjekten befragte, sagte er, ich habe etwas über Vril 2 gehört, aber die SS hat uns so kontrolliert, dass wir nichts Genaues darüber erfahren konnten. Fest steht, Ende 1942 erhob sich die erste leicht bewaffnete Flugscheibe unter der Bezeichnung Vril 1 mit einem Durchmesser von 11,5 Metern in die Luft. Es wurde behauptet, dass bis zum Ende des Krieges 17 solcher Flugapparate hergestellt wurden. Solche Behauptungen sind mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, serienmäßig war nichts vorhanden, sondern nur einzelne Exemplare. Die Deutschen wollten sie allem Anschein nach als Beobachtungsobjekte nutzen. Wenn sie eine Flugscheibe von der Seite anschauen, ist sie praktisch unsichtbar. Zwei Generäle, die an der Schlacht im Kursker Bogen teilgenommen hatten, erzählten, dass sie dabei irgendetwas in Form eines Diskus gesehen hätten, das während des Kampfes in der Luft hing. Was es war und ob es sich um eine deutsche oder eine russische Technologie handelte, wussten sie nicht. Von uns stammte es sicher nicht, denn die Geschichte der Luftfahrt kenne ich sehr gut. Unter den gefundenen Zeichnungen und Fotografien der deutschen Flugscheiben hebt sich besonders die Serie Haunebo hervor. Glaubt man den Unterlagen, nutzten sie eine alternative Energiequelle, einen sogenannten Konverter, der keine herkömmlichen Treibstoffe benötigte. Angeblich dachte man sogar darüber nach, mit dem Haunebo drei Diskus den Weltraum zu erobern. In den von den Alliierten erbeuteten deutschen Archiven wurde nach Kriegsende ein weiteres rätselhaftes Dokument entdeckt. Es zeigt das Schema eines riesigen 139 Meter langen zigarrenförmigen Schiffes mit der Bezeichnung Andromeda, das Platz für fünf Flugscheiben der Typen Haunebo II und Frillboot. Ein Mutterschiff für langfristige Weltraumflüge? Es gibt auch eine andere, viel einfachere Erklärung. Die Zeichnung zeigt einen Unterwasserkontainer, der für den Transport von Ausrüstungen und Technik zu den Geheimbasen des Dritten Reiches, darunter auch zur Antarktis, vorgesehen war. Nach Berichten der amerikanischen Geheimdienste besaßen die Deutschen bei Kriegsende neun Produktionsstätten, in denen Flugscheiben getestet und gebaut wurden. Acht dieser Betriebe, samt aller Wissenschaftler, wurden erfolgreich aus Deutschland evakuiert, nur einer musste vor Ankunft der Alliierten gesprengt werden. Wendell Stevens, Oberstleutnant des amerikanischen Geheimdienstes, erinnert sich. Wir haben Informationen für den Dienstgebrauch, wonach einige dieser Erforschungsbetriebe nach Neu-Schwabenland in die Antarktis verfrachtet wurden. Dorthin wurde auch mindestens ein Betrieb für die Herstellung von Flugscheiben verschifft, ein anderer in die Gegend des Amazonas und ein Dritter an die Nordküste Norwegens. Alle Betriebe wurden in geheime unterirdische Bunker gebracht. Für die Realisierung der ursprünglichen Pläne fehlte dem Dritten Reich ganz offensichtlich die Zeit. Nach allem, was wir wissen, wurden die technomagischen Flugscheiben bis Kriegsende nicht in industrieller Fertigung hergestellt. Sie können es also nicht gewesen sein, die im Jahre 1947 den US-Flotten verbannt unter Admiral Byrd in der Antarktis angriffen und in die Flucht schlugen. Wer waren dann die Angreifer? Waren es Weiterentwicklungen derjenigen Flugscheiben, die im Dritten Reich parallel zu den technomagischen Projekten konstruiert wurden? Die fertiggestellten Versuchsobjekte besaßen außerordentliche Fähigkeiten und dokumentierten den enormen Vorsprung der Deutschen auf dem Feld der Technologie. Solche Flugscheiben haben die Gegner Deutschlands nicht einmal ansatzweise besessen. Dennoch waren die vorhandenen Flugscheiben nicht das, was sich die Führer des Reiches erträumten. Die gebauten Modelle konnten nur in der Luft fliegen und sich ähnlich wie heutige Luftkissen Fahrzeuge auf festem Untergrund fortbewegen. Ihr Vorteil im Vergleich zu gewöhnlichen Fluggeräten bestand darin, dass sie nicht ins Trudeln gerieten und leicht zu lenken waren. Sie besaßen aber eine niedrige Qualität und waren nicht für hohe Geschwindigkeiten geeignet. Der Prototyp eines der fortschrittlichsten Modelle, Beluzzo Diskus genannt, machte seinen ersten und letzten Testflug am 19. Februar 1945 in der Nähe von Prag. Nach Augenzeugenberichten erreichte der pilotlose Diskus, der von einem Schauberger Triebwerk angetrieben wurde, innerhalb von drei Minuten eine Höhe von 15 Kilometern und eine Horizontalgeschwindigkeit von 2200 Kilometern in der Stunde. Er konnte in der Luft schweben und ohne Drehung nach vorne und hinten fliegen. Ein erster bahnbrechender Erfolg. Zu dieser Zeit wurde der Krieg bereits auf dem deutschen Boden geführt. Angesichts der drohenden Niederlage vernichteten die Nationalsozialisten die nicht evakuierten Betriebe, die vorhandenen Prototypen und das einzige Exemplar des Beluzzo-Diskus. Der Erfinder des Haupttriebwerkes Viktor Schauberger erinnerte sich später, das im Februar 1945 getestete Modell wurde in Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Spezialisten, die Insassen des Konzentrationslagers Mauthausen waren, entwickelt. Es wurde später auf Keitels Befehl gesprengt. Bilder, auf denen ein Diskus über der Antarktis schwebt, entspringen also nur der Fantasie des Malers. Auch viele andere Zeichnungen und Fotografien sind ohne Aussage wert. Die gezeigten Modelle sind in der Regel flugunfähige Konstrukte, die vorgestellt wurden, um weitere finanzielle Mittel zugesprochen zu bekommen. Flugfähige Serienmodelle gab es im Dritten Reich nicht. Dessen ungeachtet waren die Erfolge der deutschen Wissenschaftler und Ingenieure gewaltig. Verglichen mit den Alliierten besaß das Dritte Reich tatsächlich einen immensen Vorsprung in fast allen wissenschaftlichen und technischen Bereichen. Ein Vorsprung, den viele auf die Verbindung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit uraltem Geheimwissen zurückführen. Eine Verbindung, die in den Augen bestimmter okkulter Kreise nicht ungefährlich und der tiefere Grund für den katastrophalen militärischen Zusammenbruch des Dritten Reiches sein soll. Sie sehen den Gral nicht nur als ein Symbol alten Wissens, sondern auch als eine moralische Instanz. Weil die Nationalsozialisten die moralischen Vorgaben des Gralswissens nicht erfüllten, mussten sie scheitern. Wie es auch sei, die Darstellungen und Vermutungen über die Flugscheiben des Dritten Reiches füllen inzwischen ganze Bücher. Doch was ist Wahrheit? Was ist Dichtung? Flugscheiben, die aus dem Wasser auftauchen, sind seit den 40er Jahren bekannt. Auch heute gibt es immer wieder Meldungen über unbekannte Flugobjekte, die aus den Tiefen der Ozeane auftauchen. Ich bin mir aber sicher, dass weder die Deutschen noch eine andere Nation im Jahre 1947 dem Jahr des Angriffs auf die amerikanische Arktisflotte über eine derartige Technik verfügten. Wenn der Flottenverband nicht von einer irdischen Nation angegriffen wurde, dann stellt sich die Frage, wer hatte die Macht die Macht und die Waffen, um die Amerikaner aus dem ewigen Eis zu verjagen? Aus dem Wasser auftauchende fliegende Untertassen, Kugel- oder zigarrenförmige Flugobjekte sind nicht nur für die Polargebiete nachweisbar. 1957 Norwegen, 2003 Island, Südamerika, am 16. Januar 1958 in Brasilien, Australien, 1963 Südafrika, überall findet man die unbekannten fliegenden Objekte. Sichtungen und Berichte, die auch dem militärischen Geheimdienst der UdSSR bekannt sind. Als Oberkommandierendem des Flottenverbandes wurden mir regelmäßig Augenzeugenberichte über UFO-Sichtungen zugestellt. Es wäre falsch zu sagen, dass diese Flugobjekte nur im Norden zu sehen waren. Sie wurden im gesamten Atlantik, nicht nur in der Antarktis gesichtet. Mir ist beispielsweise ein Fall in der Gegend der Südgeorgia-Inseln bekannt. Damals beobachteten Fischer ein aus dem Wasser aufgetauchtes Objekt, das sie sogar fotografieren konnten. Hier sind die Fotos. Ungeachtet des starken Windes blieb das Objekt längere Zeit auf der gleichen Stelle stehen. Das war bestimmt keine Wolke oder ein Luftballon. Über die Südgeorgia-Inseln beobachtete man mehrmals seltsame Flugobjekte. Hier ein weiterer Augenzeugenbericht. Die Flugscheibe hing längere Zeit vor dem Sonnenuntergang und etwa zwei Stunden danach über der Insel. Das Objekt besaß eine runde Form, auf der man ein gleichmäßiges Dreieck erkennen konnte. In der Nacht hat das Objekt geleuchtet. Obwohl man unter ihm Lichter sehen konnte, die aussahen, als ob ein Motor lief, hat sich das Objekt nicht von der Stelle gerührt. Die Beobachtungen dieser Objekte stammen aus dem Jahr 1979. Drei Jahre zuvor, 1976, gelang es japanischen Forschern mit Hilfe modernster Ortungsgeräte gleichzeitig 19 runde Objekte zu erkennen, die aus dem Weltall in die Antarktis stürzten, um danach von den Bildschirmen zu verschwinden. Um welche Objekte handelt es sich und woher stammen sie? Antworten könnten die Arbeiten des führenden amerikanischen Astrophysikers Kintorn und seiner Kollegen geben, die Ende der 80er Jahre für großes Aufsehen sorgten. Thorne und seine Kollegen entwickelten die interessante Hypothese, wonach sich in unmittelbarer Nähe der Erde schwarze Löcher und verschiedene Formen sogenannter Wurmübergänge befinden. Diese Wurmübergänge erlaubten intergalaktische Flüge. Wie die Wissenschaftler selbst sagen, besitzen ihre Arbeiten durchaus praktischen Charakter. Zum Beispiel für den Bau von Zeitmaschinen und der Vorbereitung intergalaktischer Flüge. Kintorn kam zum Ergebnis, dass sich in der Nähe der Erde der Eingang zu einem Wurmtunnel befindet, der zum Gebiet um den Stern Vega führt. Offensichtlich wussten oder ahnten die Amerikaner bereits damals, wie und auf welchem Wege UFOs im Luftraum unserer Erde erschienen. 1993 errichteten die Amerikaner in Alaska einen gigantischen Hochfrequenzkomplex. Das Unternehmen erhielt die Bezeichnung HAARP. Offiziell für die Erforschung der Ionosphäre und die Erstellung eines Anti-Raketen Verteidigungssystems eingerichtet, dient HAARP in Wahrheit dem Aufbau vollkommen neuer Waffensysteme, Geophysische Klima- und Psychotronenwaffen, über deren Wirkung wir so gut wie nichts wissen. In seinem Kern ist HAARP nichts anderes als ein riesiger Mikrowellenherd. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die HAARP auch noch eine andere Funktion zuschreiben. Sie gehen davon aus, dass die eigentliche Hauptaufgabe des HAARP-Komplexes die Suche nach dem Eingang zum Wurmloch ist. Mit anderen Worten, die Amerikaner glauben, dass sich in dieser Gegend der Eingang zum Wurmloch befinden könnte. Die Radiostrahlen ihrer Station könnten die Konfiguration dieses Wurmüberganges bestimmen und helfen, den Ein- und Ausgang zu finden. Das HAARP-Projekt ist nicht auf Alaska beschränkt. Eine vergleichbare Anlage errichteten die Amerikaner inzwischen auch in Norwegen. Eine dritte, noch leistungsfähigere, ist für Grönland geplant. Zu Beginn der 90er Jahre glaubten die Amerikaner, sich auf die HAARP-Anlage in Alaska beschränken zu können, um ihre Forschungen über den Ein- und Ausgang zum Wurmloch und die Fortbewegung der UFOs über unserem Planeten voranzutreiben. Sie glaubten, auf weitere Beobachtungsstationen in den Staaten oder in anderen Orten der Erde verzichten zu können. Diese Annahme haben sie inzwischen revidiert. Da die Erde zwei Pole besitzt, stellt sich die Frage, welche Rolle den einzelnen Polen zukommt. Können sie gleichzeitig als Ein- und Ausgang benutzt werden? Ist das Alaska-Portal der Eingang und die Antarktis der Ausgang, oder ist es genau umgekehrt? Es ist eine bekannte Tatsache, dass die meisten Mitarbeiter auf der amerikanischen Polarstation, Angehörige der nationalen Sicherheitsbehörde, der verschiedenen technischen und elektronischen Aufklärungsabteilungen des Militärs oder der CIA sind. Sie bilden den Kern des wissenschaftlichen Forschungspersonals der antarktischen US-Station. Die Theorie der Tunneleffekte widerspricht nicht der Annahme, dass der Nordpol unseres Planeten der Eingang und der Südpol der Ausgang für die energetischen Informationskanäle ist, die unseren Planeten mit anderen Planeten und Sternen verbindet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die UFOs die Poleigenschaften für Kontakte mit anderen Teilen des Weltraums benutzen. Wie dem auch sei, alle Fragen, die in diesem Zusammenhang aufkommen, müssen ernsthaft erforscht werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass schon die Wissenschaftler des Dritten Reiches die besondere Bedeutung der Arktis und der Antarktis erkannt hatten. Ein Indiz dafür könnte die Lehre von der Hohlerde sein, die im nationalsozialistischen Deutschland höchst populär war. Nach dieser Theorie sind die Pole Türen zu anderen Räumen des Weltalls. Eine Vorstellung, die überraschende Ähnlichkeit mit der modernen Theorie der Wurmübergänge aufweist. War es die damit verbundene Möglichkeit von Zeit- und Traumreisen, die die Deutschen in die Arktis zogen? Der sechste Kontinent ist voller Geheimnisse und ungelöster Fragen. Wichtige Fragen, die auch in anderen Bereichen bis heute auf Antwort warten. Wurden die Konstruktionsarbeiten zum Bau von Flugscheiben nach dem Krieg beendet? Oder hat man sie in unterirdischen Basen und unzugänglichen Winkeln der Erde weiter fortgesetzt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen den deutschen Technologien und den modernen UFO-Erscheinungen? Wenn ja, wie sind dann die UFO-Sichtungen zu erklären, die lange vor dem Dritten Reich gemacht wurden? Und vor allem, wer steuerte die Flugscheiben, die 1947 den US-Flottenverband in der Antarktis angriffen und in die Flucht schlugen? Waren es jene Unbekannten, denen die Forscher des Ahnen-Erbes nachspürten und mit denen die Mächtigen des Dritten Reiches zusammenarbeiten wollten, um die Weltherrschaft zu erringen? Bloße Mythos oder real existierende Kräfte, die seit Jahrtausenden auf unserer Erde existieren? Fragen und Rätsel, die erst die Zukunft lösen wird. Ihr Vorteil im Vergleich zu gewöhnlichen Fluggeräten bestand darin, dass sie nicht ins Trudeln gerieten und leicht zu lenken waren. Sie besaßen aber eine niedrige Qualität und waren nicht für hohe Geschwindigkeiten geeignet. Der Prototyp eines der fortschrittlichsten Modelle, Beluzzo-Discos genannt, machte seinen ersten und letzten Testflug am 19. Februar 1945 in der Nähe von Prag. Nach Augenzeugenberichten erreichte der pilotlose Diskus, der von einem Schauberger Triebwerk angetrieben wurde, innerhalb von drei Minuten eine Höhe von 15 Kilometern und eine Horizontalgeschwindigkeit von 2200 Kilometern in der Stunde. Er konnte in der Luft schweben und ohne Drehung nach vorne und hinten fliegen. Ein erster bahnbrechender Erfolg. Zu dieser Zeit wurde der Krieg bereits auf dem deutschen Boden geführt. Angesichts der drohenden Niederlage vernichteten die Nationalsozialisten die nicht evakuierten Betriebe, die vorhandenen Prototypen und das einzige Exemplar des Beluzzo-Discos. Der Erfinder des Haupttriebwerkes, Viktor Schauberger, erinnerte sich später, das im Februar 1945 getestete Modell wurde in Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Spezialisten, die die Insassen des Konzentrationslagers Mauthausen waren, entwickelt. Es wurde später auf Keitels Befehl gesprengt. Bilder, auf denen ein Diskus über der Antarktis schwebt, entspringen also nur der Fantasie des Malers. Auch viele andere Zeichnungen und Fotografien sind ohne Aussage wert. Die gezeigten Modelle sind in der Regel flugunfähige Konstrukte, die vorgestellt wurden, um weitere finanzielle Mittel zugesprochen zu bekommen. Flugfähige Serienmodelle gab es im Dritten Reich nicht. Dessen ungeachtet waren die Erfolge der deutschen Wissenschaftler und Ingenieure gewaltig. Verglichen mit den Alliierten besaß das Dritte Reich tatsächlich einen immensen Vorsprung in fast allen wissenschaftlichen und technischen Bereichen. Ein Vorsprung, den viele auf die Verbindung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit uraltem Geheimwissen zurückführen. Eine Verbindung, die in den Augen bestimmter okkulter Kreise nicht ungefährlich und der tiefere Grund für den katastrophalen militärischen Zusammenbruch des Dritten Reiches sein soll. Sie sehen den Gral nicht nur als ein Symbol alten Wissens, sondern auch als eine moralische Instanz. Weil die Nationalsozialisten die moralischen Vorgaben des Grals Wissens nicht erfüllten, mussten sie scheitern. Wie es auch sei, Kuss, der von einem Schauberger Triebwerk angetrieben wurde, innerhalb von drei Minuten eine Höhe von 15 Kilometern und eine Horizontalgeschwindigkeit von 2200 Kilometern in der Stunde. Er konnte in der Luft schweben und ohne Drehung nach vorne und hinten fliegen. Ein erster bahnbrechender Erfolg. Zu dieser Zeit wurde der Krieg bereits auf dem deutschen Boden geführt. Angesichts der drohenden Niederlage vernichteten die Nationalsozialisten die nicht evakuierten Betriebe, die vorhandenen Prototypen und das einzige Exemplar des Beluzzo-Discos. Der Erfinder des Haupttriebwerkes, Viktor Schauberger, erinnerte sich später, Das im Februar 1945 getestete Modell wurde in Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Spezialisten, die Insassen des Konzentrationslagers Mauthausen waren, entwickelt. Es wurde später auf Keitels Befehl gesprengt. Bilder, auf denen ein Diskus über der Antarktis schwebt, entspringen also nur der Fantasie des Malers. Auch viele andere Zeichnungen und Fotografien sind ohne Aussage wert. Die gezeigten Modelle sind in der Regel flugunfähige Konstrukte, die vorgestellt wurden, um weitere finanzielle Mittel zugesprochen zu bekommen. Flugfähige Serienmodelle gab es im Dritten Reich nicht. Dessen ungeachtet waren die Erfolge der deutschen Wissenschaftler und Ingenieure gewaltig. Verglichen mit den Alliierten besaß das Dritte Reich tatsächlich einen immensen Vorsprung in fast allen wissenschaftlichen und technischen Bereichen. Ein Vorsprung, den viele auf die Verbindung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit uraltem Geheimwissen zurückführen. Eine Verbindung, die in den Augen bestimmter okkulter Kreise nicht ungefährlich und der tiefere Grund für den katastrophalen militärischen Zusammenbruch des Dritten Reiches sein soll. Sie sehen den Graal nicht nur als ein Symbol alten Wissens, sondern auch als eine moralische Instanz. Weil die Nationalsozialisten die moralischen Vorgaben des Graals Wissens nicht erfüllten, mussten sie scheitern. Wie es auch sei, die Darstellungen und Vermutungen über die Flugscheiben des Dritten Reiches füllen inzwischen ganze Bücher. Doch was ist Wahrheit? Was ist Dichtung? Flugscheiben, die aus dem Wasser auftauchen, sind seit den 40er Jahren bekannt. Auch heute gibt es immer wieder Meldungen über unbekannte Flugobjekte, die aus den Tiefen der Ozeane auftauchen. Ich bin mir aber sicher, dass weder die Deutschen noch eine andere Nation im Jahre 1947, dem Jahr des Angriffs auf die amerikanische Arktis konnte, die aussahen, als ob ein Motor lief, hat sich das Objekt nicht von der Stelle gerührt. Die Beobachtungen dieser Objekte stammen aus dem Jahr 1979. Drei Jahre zuvor, 1976, gelang es japanischen Forschern mit Hilfe modernster Ortungsgeräte gleichzeitig 19 runde Objekte zu erkennen, die aus dem Weltall in die Antarktis stürzten, um danach von den Bildschirmen zu verschwinden. Um welche Objekte handelt es sich und woher stammen sie? Antworten könnten die Arbeiten des führenden amerikanischen Astrophysikers Kim Thorn und seiner Kollegen geben, die Ende der 80er Jahre für großes Aufsehen sorgten. Thorn und seine Kollegen entwickelten die interessante Hypothese, wonach sich in unmittelbarer Nähe der Erde schwarze Löcher und verschiedene Formen sogenannter Wurmübergänge befinden. Diese Wurmübergänge erlaubten intergalaktische Flüge. Wie die Wissenschaftler selbst sagen, besitzen ihre Arbeiten durchaus praktischen Charakter, zum Beispiel für den Bau von Zeitmaschinen und der Vorbereitung intergalaktischer Flüge. Kintorn kam zum Ergebnis, dass sich in der Nähe der Erde der Eingang zu einem Wurmtunnel befindet, der zum Gebiet um den Stern Vega führt. Offensichtlich wussten oder ahnten die Amerikaner bereits damals, wie und auf welchem Wege UFOs im Luftraum unserer Erde erschienen. 1993 errichteten die Amerikaner in Alaska einen gigantischen Hochfrequenzkomplex. Das Unternehmen erhielt die Bezeichnung HAARP. Offiziell für die Erforschung der Ionosphäre und die Erstellung eines Anti-Raketen-Verteidigungssystems eingerichtet, dient HAARP in Wahrheit dem Aufbau vollkommen neuer Waffensysteme. Geophysische Klima- und Psychotronenwaffen, über deren Wirkung wir so gut wie nichts wissen. In seinem Kern ist HAARP nichts anderes als ein riesiger Mikrowellenherd. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die HAARP auch noch eine andere Funktion zuschreiben. Sie gehen davon aus, dass die eigentliche Hauptaufgabe des HAARP-Komplexes die Suche nach dem Eingang zum Wurmloch ist. Mit anderen Worten, die Amerikaner glauben, dass sich in dieser Gegend der Eingang zum Wurmloch befinden könnte. Die Radiostrahlen ihrer Station könnten die Konfiguration dieses Wurmüberganges bestimmen und helfen, den Ein- und Ausgang zu finden. Das HAARP-Projekt ist nicht auf Alaska beschränkt. Eine vergleichbare Anlage errichteten die Amerikaner inzwischen auch in Norwegen. Eine dritte Hilfe man in die Tiefen der Geschichte abtauchen könnte, um dort das Wissen der untergegangenen Hochkulturen wiederzuerlangen. Dies ist die einzige bekannt gewordene Konstruktionszeichnung der sogenannten Jenseits-Flugmaschine des deutschen Wissenschaftlers und bekannten Erfinders Viktor Schauberger. 1922 wurde das erste Modell der Jenseits-Flugmaschine gebaut. Das Fluggerät besaß drei sich parallel zueinander drehende Scheiben. Durch die Rotation der untersten und der obersten Scheibe in entgegengesetzter Richtung sollte ein Antigravitations-Effekt erzielt werden. Folgt man den Zeugenaussagen, so konnte die Konstruktion nicht nur in der Luft schweben, sondern auch die Zeitstruktur um sich verändern. Man war überzeugt, mit diesem technomagischen Apparat einen Prototyp für Flugscheiben zu besitzen, die nicht auf den herkömmlichen Flugprinzipien basierten. Mit der weiteren Entwicklung dieser Flugscheiben befassten sich spezielle Abteilungen der SS, die eng mit dem Ahnenerbe zusammenarbeiteten. Für die NS-Führung waren zwei Grundideen wesentlich. Zum einen die Erschaffung des Übermenschen und zum zweiten die Beherrschung technomagischer Energien. Dazu zählte nicht nur die Beherrschung der Atomenergie, sondern zweifelsohne auch die Herstellung diskusförmiger Flugapparate mit einer prinzipiell neuen Flugtechnik. Die Ideensuche ging in alle Richtungen und wurde getragen von Ingenieuren, Okkultisten und einem Stab ausgewählter Historiker. Diese sammelten auf ihren Forschungsreisen seltene Dokumente, von denen sie sich weiterführende Erkenntnisse versprachen. Offensichtlich mit Erfolg, denn Wernher von Braun, einer der Chefdenker der deutschen Raketentechnik, gestand später in einem kleinen Kreis, Über die Ergebnisse der Forschungen wurde Hitler regelmäßig informiert. Sie haben ihn so nachhaltig fasziniert, dass er bis Kriegsende an deutsche Wunderwaffen und neue Flugtechnologien glaubte. Obwohl die besten Konstrukteure und Ingenieure eingesetzt wurden, blieben die Kenntnisse über die Drehprinzipien der Flugscheiben und die Antigravitation lückenhaft. Die Technologie konnte mit den ideologisch bestimmten Vorgaben nicht Schritt halten. Im Juli 1934 luden die Verantwortlichen Viktor Schauberger zur weiteren Zusammenarbeit ein. Sie hatten von seinem Implosion während des Kampfes in der Luft hing. Was es war und ob es sich um eine deutsche oder eine russische Technologie handelte, wussten sie nicht. Von uns stammte es sicher nicht, denn die Geschichte der Luftfahrt kenne ich sehr gut. Unter den gefundenen Zeichnungen und Fotografien der deutschen Flugscheiben hebt sich besonders die Serie Haunebo hervor. Glaubt man den Unterlagen, nutzten sie eine alternative Energiequelle, einen sogenannten Konverter, der keine herkömmlichen Treibstoffe benötigte. Angeblich dachte man sogar darüber nach, mit dem Haunebo-3-Diskus den Weltraum zu erobern. In den von den Alliierten erbeuteten deutschen Archiven wurde nach Kriegsende ein weiteres rätselhaftes Dokument entdeckt. Es zeigt das Schema eines riesigen, 139 Meter langen, zigarrenförmigen Schiffes mit der Bezeichnung Andromeda, das Platz für fünf Flugscheiben der Typen Hauneboot II und Vrillboot. Ein Mutterschiff für langfristige Weltraumflüge. Es gibt auch eine andere, viel einfachere Erklärung. Die Zeichnung zeigt einen Unterwasserkontainer, der für den Transport von Ausrüstungen und Technik zu den Geheimbasen des Dritten Reiches, darunter auch zur Antarktis vorgesehen war. Nach Berichten der amerikanischen Geheimdienste besaßen die Deutschen bei Kriegsende neun Produktionsstätten, in denen Flugscheiben getestet und gebaut wurden. Acht dieser Betriebe samt aller Wissenschaftler wurden erfolgreich aus Deutschland evakuiert, nur einer musste vor Ankunft der Alliierten gesprengt werden. Wendell Stevens, Oberstleutnant des amerikanischen Geheimdienstes, erinnert sich. Wir haben Informationen für den Dienstgebrauch, wonach einige dieser Erforschungsbetriebe nach Neuschwabenland in die Antarktis verfrachtet wurden. Dorthin wurde auch mindestens ein Betrieb für die Herstellung von Flugscheiben verschifft, ein anderer in die Gegend des Amazonas und ein dritter an die Nordküste Norwegens. Alle Betriebe wurden in geheime unterirdische Bunker gebracht. Für die Realisierung der ursprünglichen Pläne fehlte dem Dritten Reich ganz offensichtlich die Zeit. Nach allem, was wir wissen, wurden die technomagischen Flugscheiben bis Kriegsende nicht in industrieller Fertigung hergestellt. Sie können es also nicht gewesen sein, die im Jahre 1947 den US-Flottenverband unter Admiral Byrd in der Antarktis angriffen und in die Flucht schlagen. Wer waren dann die Angreifer? Waren es Weiterentwicklungen derjenigen Flugscheiben, die im Dritten Reich parallel zu den technomagischen Projekten konnten, dass die umfangreichen Bibliotheken des Ordens den blutigen Untergang der Templer-Gemeinschaft unbeschadet überlebt haben? Es war nicht unwahrscheinlich, dass in diesen Archiven Geheimmanuskripte lagen, die ähnlich wie die Piri-Reiskarte wichtiges Detailwissen über die Antarktis enthielten. In den militärisch besetzten Gebieten durchsuchten Sonderkommandos der SS Bibliotheken nach seltenen Handschriften und Karten. Alles, was sich mit okkulten Themen und geheimen Wissenschaften beschäftigte, wurde zusammengetragen und wissenschaftlich ausgewertet. Ahnenerbe besah schließlich eine umfangreiche Spezialbibliothek. Es gibt die Aussage eines ehemaligen Bibliothekars der Potsdamer Bibliothek, der bezeugt, dass im März 1945, als die Sowjetstreitkräfte sich Berlin näherten, die Bibliothek des Ahnenerbes ein Fundus von rund 140.000 Büchern verpackt und in Sicherheit gebracht wurde. Schon der Katalog dieser Bibliothek war bestimmt ausgesprochen interessant. Angesichts der intensiven Suche ist es durchaus möglich, dass das Ahnenerbe Informationen über die Antarktis gewonnen hat, die den Kontinent in den Blickpunkt der NS-Führung rückte. Inzwischen weiß man, dass esoterische Kreise innerhalb der SS auch dem sagenumwobenen heiligen Graal nachspürten. Wer ihn und die heilige Lanze besaß, würde, einer alten Legende zufolge, die Weltherrschaft erringen können. Hitler kannte diese Legende. Nach dem Anschluss Österreichs im Jahre 1938 ließ er die Lanze, mit der angeblich ein römischer Soldat den Tod Jesu am Kreuz festgestellt hat, aus Wien nach Nürnberg bringen. Zur Erfüllung der Prophezeiung fehlte nun nur noch der Graal. Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die okkulten NS-Kreise mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Sie mussten nicht nur die jahrhundertealten mystischen Überlieferungen mit den modernen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen in Einklang bringen. Unklar war ihnen auch, welche Bewandtnis es mit dem männlichen Charakter der heiligen Lanze und dem weiblichen des heiligen Graals auf sich hatte und welche Folgerungen daraus geschlossen werden mussten. Die Kombination modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse mit uraltem Wissen hätte vielleicht produktiv und zukunftweisend sein können, wenn sie nicht die Weltherrschaft der auserwählten Rasse zum Ziel gehabt hätte. Für die vielfältigen Forschungsarbeiten des Ahnenerbes wurden nur ausgewiesene Spezialisten herangezogen. Hunderte von Mitarbeitern und ungezählte Fachkräfte produzierte etwas völlig Unerklärliches. Eine Antarktis-Expedition, die für ein halbes Jahr geplant war, wurde nach zwei Monaten halsüberkopf beendet und so schnell abgezogen, dass man nur von einer Flucht sprechen kann. Zu Beginn des Jahres 1947 unternahm der legendäre amerikanische Polarforscher Richard Byrd seine vierte und letzte Forschungsreise in die Antarktis. Eine Expedition, die sich von allen Vorangegangenen erheblich unterscheidet. Sie wird vom US-Militär finanziert und trägt die Bezeichnung Operation High Jump. Admiral Byrd stand eine mächtige US-Militärflotte zur Verfügung. Ein Flugzeugträger, zwölf Kriegsschiffe, ein U-Boot, über 20 Flugzeuge und Hubschrauber sowie 5000 Mann Besatzung. Eine bemerkenswerte Zusammensetzung für eine angeblich wissenschaftliche Expedition. Vor seiner Abreise erklärte Richard Byrd am 2. Dezember 1946 der Presse, Meine Reise hat einen militärischen Charakter. Auf weitere Einzelheiten ging er nicht ein. Ende Januar 1947 begann die Flugaufklärung des antarktischen Kontinents in der Gegend des Königin-Mord-Landes. Zunächst verlief alles nach Plan. Das Land wurde erforscht und Zehntausende von Fotos gemacht. Doch plötzlich geschah etwas ausgesprochen Rätselhaftes. Die ursprünglich auf sechs Monate geplante Forschungsreise wurde schon nach zwei Monaten abrupt abgebrochen. Die Umstände des plötzlichen Endes sind bis heute ungeklärt und erinnern sehr an eine Flucht. Ein Torpedoboot zerstöre und mehrere Flugzeuge gingen verloren. Mehrere Dutzend Soldaten und Offiziere sind gefallen. Den Mitgliedern der außerordentlichen Regierungskommission erklärt Byrd nach seiner Rückkehr wörtlich? Im Falle eines neuen Krieges kann Amerika von einem Feind angegriffen werden, der in der Lage ist, von einem Pol zum anderen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu fliegen. Wer und was hatte den großen amerikanischen Flottenverband in die Flucht geschlagen? Ein Blick zurück. Im Sommer 1945, anderthalb Jahre vor der Expedition Byrds, ergaben sich im argentinischen Hafen Mar del Plata die deutschen U-Boote U-530 und U-977. Dorthin wurde auch mindestens ein Betrieb für die Herstellung von Flugscheiben verschifft, ein anderer in die Gegend des Amazonas und ein dritter an die Nordküste Norwegens. Alle Betriebe wurden in geheime unterirdische Bunker gebracht. Für die Realisierung der ursprünglichen Pläne fehlte dem Dritten Reich ganz offensichtlich die Zeit. Nach allem, was wir wissen, wurden die technomagischen Flugscheiben bis Kriegsende nicht in industrieller Fertigung hergestellt. Sie können es also nicht gewesen sein, die im Jahre 1947 den US-Flottenverband unter Admiral Byrd in der Antarktis angriffen und in die Flucht schlugen. Wer waren dann die Angreifer? Waren es Weiterentwicklungen derjenigen Flugscheiben, die im Dritten Reich parallel zu den technomagischen Projekten konstruiert wurden? Die fertiggestellten Versuchsobjekte besaßen außerordentliche Fähigkeiten und dokumentierten den enormen Vorsprung der Deutschen auf dem Feld der Technologie. Solche Flugscheiben haben die Gegner Deutschlands nicht einmal ansatzweise besessen. Dennoch waren die vorhandenen Flugscheiben nicht das, was sich die Führer des Reiches erträumten. Die gebauten Modelle konnten nur in der Luft fliegen und sich, ähnlich wie heutige Luftkissenfahrzeuge, auf festem Untergrund fortbewegen. Ihr Vorteil im Vergleich zu gewöhnlichen Fluggeräten bestand darin, dass sie nicht ins Trudeln gerieten und leicht zu lenken waren. Sie besaßen aber eine niedrige Qualität und waren nicht für hohe Geschwindigkeiten geeignet. Der Prototyp eines der fortschrittlichsten Modelle, Beluzzo Discus genannt, machte seinen ersten und letzten Testflug am 19. Februar 1945 in der Nähe von Prag. Nach Augenzeugenberichten erreichte der pilotlose Discus, der von einem Schauberger Triebwerk angetrieben wurde, innerhalb von drei Minuten eine Höhe von 15 Kilometern und eine Horizontalgeschwindigkeit von 2200 Kilometern in der Stunde. Er konnte in der Luft schweben und ohne Drehung nach vorne und hinten fliegen. Ein erster bahnbrechender Erfolg. Zu dieser Zeit wurde der Krieg bereits auf dem deutschen Boden geführt. Angesichts der drohenden Niederlage vernichteten die Nationalsozialisten die nicht evakuierten Betriebe, die vorhandenen Prototypen und das einzige Exemplar des Beluzzo Discus. Der Erfinder des Haupttriebwerkes, Viktor Schauberger, erinnerte sich später, das im Februar 1945 getestete Modell wurde in Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Spezialisten, die Insassen des Konzentrationslagers Mauthausen waren. Im Verlauf ihrer Recherchen fiel den Amerikanern auf, dass offensichtlich zahlreiche deutsche U-Boote während des Krieges in Richtung Antarktis gefahren waren. Was war der Grund dieser Reisen? Was war so besonders an der Antarktis? Die Antarktis. 1820 umsegelten der deutsch-baltische Offizier Fabian Gottlieb von Bellingshausen und sein Kommandant Michael Lassareff zum ersten Mal das antarktische Festland. Ein geheimnisvoller Kontinent, der die Forscher magisch anzog. Doch meterhohe Eiswände machten die Antarktis, die in ihrer Ausdehnung größer als ganz Europa ist, für lange Zeit unzugänglich. Trotz verschiedener Vorstöße blieb das Innere der nördlichen Eisregion für annähernd ein Jahrhundert unerforscht. Karten aus dieser Zeit dokumentieren daher nur den Küstenverlauf des Kontinents. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte auch Deutschland Interesse an dem weit entfernten und lebensfeindlichen Eiskontinent. Es wurden erhebliche finanzielle Mittel bereitgestellt, um verschiedene Expeditionen durchführen zu können. Ende der 30er Jahre fuhr der erfahrene Polarkapitän Alfred Ritscher mit dem speziell für diese Expedition umgebauten Schiff Schwabenland in die Antarktis. Ab Mitte Januar 1939 begannen zwei Flugzeuge, die mittels spezieller Katapulte von Bord der Schwabenland starten konnten, die Erforschung des arktischen Kontinents. Bei ihren Flügen warfen die Piloten auch Aluminiumstangen mit Hakenkreuzflaggen ab, mit denen sie das vermessene Gebiet als deutsches Reichsgebiet deklarierten. Das so gekennzeichnete neue Territorium, das in seiner Größe etwa dem damaligen Deutschland entsprach, erhielt die Bezeichnung Neu-Schwabenland. Im April 1939 konnte Alfred Ritscher melden, Ich habe den Auftrag, den Marshal Göring mir erteilt hat, erledigt. Zum ersten Mal flogen deutsche Flugzeuge über den antarktischen Kontinent. Alle 25 Kilometer warfen unsere Flugzeuge Flaggen ab. Wir markierten eine Fläche von ungefähr 600.000 Quadratkilometern. Davon wurden 350.000 Quadratkilometer fotografiert. Die Flieger Hermann Görings hatten ihre Aufgaben zufriedenstellend erledigt. Im Anschluss an diese Aktion ergingen weiterführende Aufträge an Karl Dönitz, den Oberbefehlshaber der deutschen U-Boot-Waffe. Was aber seine Männer in der Arktis erledigen sollten, liegt bis heute im Dunkeln. Gesichert ist, dass von da an deutsche U-Boote verstärkt in Richtung Antarktis aufbrachen. Antworten könnte der Verein Ahnenerbe geben, der zu den rätselhaftesten Organisationen des Dritten Reiches zählt. Seinen ungelösten Geheimnissen spüren Historiker und Geheimdienste bis auf den heutigen Tag nach. Das Ahnenerbe war die einzige Organisation des Dritten Reiches, die sich mit staatlicher Finanzierung der Erforschung von Magie und Mystik widmen konnte. Keine andere Einrichtung verfügte über vergleichbar umfangreiche Informationen und übte so viel Einfluss auf die Entwicklung magischer Technologien aus wie das Ahnenerbe. Zu den Begründern des Ahnenerbes, das sich besonders der Erforschung des okkulten Wissens und paranormaler Erscheinungen widmete, zählten höchste Vertreter des Reiches, darunter der mächtige Reichsführer SS Heinrich Himmler. Offiziell gegründet wurde die Organisation im Jahre 1935. Obgleich das erklärte Ziel die Erforschung der Wurzeln der deutschen Nation war, widmete sich der geheimnisumwitterte Verein von Anfang an einer breiten Palette außergewöhnlicher Themen. Die Führung des Reichs wusste genau, dass sie den kommenden Krieg nicht allein aufgrund ihrer militärischen Stärke gewinnen konnte. Um die offensichtliche quantitative Unterlegenheit auszugleichen, entwickelten die verantwortlichen NS-Strategen eine Konzeption der qualitativen Überlegenheit. Um diese qualitative Überlegenheit zu erreichen, konzentrierten sich die Spezialisten des Ahnenerbes von Anfang an auch auf okkulte und paranormale Bereiche. Gebiete, mit denen sich der zukünftige Gegner kaum oder gar nicht beschäftigte. Ausgangspunkt dieser Tätigkeit war die tiefe Überzeugung, dass vor langer Zeit eine mächtige Zivilisation auf Erden existierte, die über ein ungeheures, inzwischen verloren gegangenes Geheimwissen verfügte. Ein Wissen, das verstreut und versteckt weiter existierte und nur gefunden werden musste, um zu neuem Leben erweckt zu werden. Dieses Wissen sollte der Wiedergeburt des Übermenschen, des Nachfahren der alten Aria, zum Durchbruch verhelfen. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Forscher des Ahnenerbes von Anfang an dem Kontinent Atlantis, den die NS-Wissenschaftler für die Urheimat der arischen Rasse hielten. Der Sage nach sollten die Atlanter in der Lage gewesen sein, riesige Luftschiffe zu bauen, die durch unbekannte Kräfte angetrieben wurden. Das Ahnenerbe hieß es so interessant. Angesichts der intensiven Suche ist es durchaus möglich, dass das Ahnenerbe Informationen über die Antarktis gewonnen hat, die den Kontinent in den Blickpunkt der NS-Führung rückte. Inzwischen weiß man, dass esoterische Kreise innerhalb der SS auch dem sagenumwobenen heiligen Gral nachspürten. Wer ihn und die heilige Lanze besaß, würde, einer alten Legende zufolge die Weltherrschaft erringen können. Hitler kannte diese Legende. Nach dem Anschluss Österreichs im Jahre 1938 ließ er die Lanze, mit der angeblich ein römischer Soldat den Tod Jesu am Kreuz festgestellt hat, aus Wien nach Nürnberg bringen. Zur Erfüllung der Prophezeiung fehlte nun nur noch der Gral. Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die okkulten NS-Kreise mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Sie mussten nicht nur die jahrhundertealten mystischen Überlieferungen mit den modernen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen in Einklang bringen. Unklar war ihnen auch, welche Bewandtnis es mit dem männlichen Charakter der heiligen Lanze und dem weiblichen des heiligen Grals auf sich hatte und welche Folgerungen daraus geschlossen werden mussten. Die Kombination modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse mit uraltem Wissen hätte vielleicht produktiv und zukunftweisend sein können, wenn sie nicht die Weltherrschaft der auserwählten Rasse zum Ziel gehabt hätte. Für die vielfältigen Forschungsarbeiten des Ahnenerbes wurden nur ausgewiesene Spezialisten herangezogen. Hunderte von Mitarbeitern und ungezählte Fachkräfte in rund 50 Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten befassten sich mit mathematischen und astronomischen, genetischen und medizinischen Themen. Parallel zu diesen Arbeiten und für die Öffentlichkeit unsichtbar, wurden im innersten Kreis alle wichtigen Informationen zu okkulten und magischen Fragen zusammengetragen und ausgewertet. Von besonderem Interesse waren neben okkulten Wissenschaften und religiös-mystischen Praktiken außergewöhnliche paranormale Fähigkeiten. Mit diesem Bereich befasste sich das Ahnenerbe besonders intensiv. Schon vor dem Krieg hatte Himmler angeordnet, alle Mitarbeiter des Vereins auf mögliche paranormale Fähigkeiten zu untersuchen. In den Mitarbeiterakten des Ahnenerbes wurde akribisch vermerkt, wer über welche Fähigkeiten verfügte. Im Verlauf des Krieges wurden diejenigen